Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von MyBlogsGlöchip. Heute bin ich und der David wieder dabei. Und heute zeigen wir euch... Und wir sitzen im Klöchen. Das stimmt eigentlich nicht ganz. Doch, stimmt. Nein, das stimmt nicht. Warum sollten wir im Klo sitzen? Ja, äh. Also auf jeden Fall, ähm... Gleich aber, weil wir gehen nicht auf ein... Oh ja, du findest das Schiff immer so im Klo. Toll. Ich möchte gleich nochmal ein Boot sparen. Soll das noch was werden? Soll etwas werden? Nur du glaubst halt nicht. Hilfe! Ich muss da sitzen. Das Bettler. Ja, ich weiß, ich will es hier abschießen. Wird ich hier sitzen können? Ich bin so blöde... Oh, da! Mein Motorboot. Hilfe, ich brauche auch mein Motorboot. Ja. Ah! Hallo? Ähm... Jetzt sterbe ich. Toll. Was war das jetzt von tot? Das war ein Knalltot. Okay, Leute. Das war ein Knalltot. Wow. Wenn das nicht mal... Also das muss auf jeden Fall auf YouTube... Dass das ein Knalltot war. Aber okay, Leute. Also erstmal muss ich jetzt wieder... Ich hatte gar keinen Bock auf dich. Nee. Ja. Ja, genau. Das hatte einfach keinen Bock auf mich. Das hat mich kurz umgekommen und dachte... Ich habe mir halt direkt den Weg, dass ich weggeschleudert werde. So. Dann ist mein Boot jetzt auch noch... Mein schönes Motorboot ist kaputt. Ich muss... Der Heli hat jetzt auch keinen Bock auf mich. Okay. Also Leute, dann bis gleich. Du, Leute, da ist das Boot. Die haben wir schon aufs Boot. Was soll ich denn auf dem Boot? Also hier muss ich dann jetzt aufpassen. Nicht, dass das Boot nicht schon wieder keinen Bock auf dich hat. Endlich. Doch das Boot hat diesmal garantiert Bock auf mich. Denn sonst gibt's was. Das war mir nicht stirbt. Würde dieses blöde Boot nicht verwackeln, hätte ich schon lange abgeschossen. Funny. Also. Das war mir nicht, Mirior. Ich kann das auch noch alles allein machen, also dass ich... Ich kann das auch nicht machen, aber ich kann das auch nicht machen, aber ich kann das auch nicht machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Und das war's dann mit dem Video, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, ciao!